Moin und herzlich willkommen zu Jörn Schaars Final Podcast Episode 201. Ich bin Jörn Schaar und ihr seid es nicht. Heute klingt es ein bisschen anders als sonst, nämlich nach draußen. Hier sind Vogelstimmen, hier sind Menschenstimmen, hier sind Autogeräusche. Vielleicht haben wir noch das ein oder andere Nebelhorn mit auf der Aufnahme drauf. Hintergrund ist, ich sitze gerade auf dem Campingplatz in Kielfalkenstein in unserem Wohnwagen und ich habe hier so ein bisschen mein mobiles Equipment aufgebaut, das dringend noch mobiler werden muss. Also das Zoom H6 funktioniert ja super. Ich habe es jetzt aber an das Notebook herangeknuppert, weil ich im Laufe der nächsten Tage noch zwei andere Podcasts aufnehmen muss, für die ich mich übers Internet mit anderen Menschen verbinden muss. Und da ist es dann, das wollte ich mal ausprobieren. Ich habe gemerkt, es muss noch mobiler werden. Ich muss also noch mehr davon wegkommen, dass das hier so viele Kabel sind. Erstmal haben wir nicht so wahnsinnig viele Steckdosen und der Kopfhörerverstärker, der limitiert mich insofern, als ich jetzt auf den Innenraum des Wohnwagens beschränkt bin. Ich wollte mich eigentlich gerne nach draußen setzen, aber dadurch, dass sich der Kopfhörerverstärker Strom braucht, klappt das nicht und dann muss ich drin sitzen, was vielleicht auch ganz okay ist. Denn draußen ist es noch relativ frisch. Ich werde aber mir irgendwas überlegen müssen, einen Verstärker mit Batterie zu benutzen oder sowas. Kurzer Exkurs, Kopfhörerverstärker brauchst du deswegen, weil mein Headset einen großen Klinkenstecker hat, der nicht ins Zoom hineinpasst. Da könnte ich mir einen Adapter besorgen. Das wäre kein Problem. Das funktioniert aber nur so lange, wie ich alleine podcasten will. Und ich kann hier bis zu sechs Leute anschließen an meinen Zoom mit Mikrofonen und dann will ich das auch unterwegs können. Man weiß ja nie, was so auf einen zukommt. Also ist da ein Kopfhörerverstärker opportun. Jetzt haben wir noch so ein paar Windgeräusche. Das ist ja wunderbar. Dann mache ich mal das Fenster zu, ob wir dann hier vielleicht ein bisschen weniger Durchzug haben. Das könnte ja schon helfen. So, mal sehen. So, das heißt also, ich brauche einen Kopfhörerverstärker. Der, den ich habe, der ist total super, weil da vier große und vier kleine Klinkenstecker dran sind. Das heißt, ich kann bis zu acht Leute mithören lassen oder deren Mikrofone auch hier einstecken. Und das möchte ich auch mobil können. Das heißt, es gibt auch solche Kopfhörerverstärker, die so einen Batteriebetrieb haben. Und dann bin ich halt nicht unbedingt darauf angewiesen, dass genug Steckdosen in der Nähe sind. Das ist also der Plan. Das muss noch passieren. Ja, Campingplatz ist das Thema. Wie gesagt, wir sind in, ich bin in Kiel-Falkenstein. Bin auch gerade Strohwitwer, weil meine Frau heute noch einen Gottesdienst hat. Da musste sie also noch mal nach Husum zurück. Ist da gestern Abend schon gefahren, wegen einer Andacht, die sie auch noch hatte. Dann kann man ja, kann sich das ja, kann man das ja schön kombinieren. Kiel-Falkenstein ist so unser Stamm-Campingplatz geworden. Wir haben also, seitdem wir den Wohnwagen haben, hier jedes Jahr mindestens ein paar Tage verbracht, mindestens mal ein Wochenende hier gestanden. Einfach deswegen, ja, letztlich Zufall. Es war unser erster Platz, den wir besucht haben, als wir den Wohnwagen gerade neu hatten. Und wir mochten das hier. Wir mochten die Art, wie die Platzwarte, die wir das alles führen. Die Lage ist toll, das macht einfach Spaß, hier zu sein. Das Einzige, was man natürlich, also man kann natürlich auch hart kritisieren, die Waschhäuser, das ist einfach oll. Das ist auf dem Stand von vor 30, 40 Jahren, würde ich sagen. Die sind sauber, da wird auch immer mal wieder punktuell was dran gemacht. Also dieses Jahr gab es irgendwie neue Fliesen in den Duschen, bei den Männern zumindest. Da ist so ein bisschen was passiert. Aber das ist alles nicht mehr Steak of the Art. Das ist alles nicht mehr Standard von heute. Insofern, da müsste eigentlich dringend mal was passieren. Tut es aber nicht. Und ich kann jeden verstehen, der sagt, das ist kein Campingplatz für mich. Genauso auch das Restaurant. Das ist im Wesentlichen eine Frittierstation für Tiefkühle-Lebensmittel. Die sind aber trotzdem, das ist ja alles sehr nett hier und sehr familiär und sehr puschelig. Und deswegen kommen wir gerne her. Das also zu Kiel-Falkenstein. Jetzt habe ich mir hier irgendwo was notiert, was ich heute noch erzählen wollte. Achso, weswegen wir sind. Genau, die Auto-Story. Ihr werdet es vielleicht verfolgt haben bei Twitter. Letztes Mal habe ich davon, oder anders, genau, ich fange anders an. Also, letztes Mal habe ich davon erzählt, dass ich daran gescheitert bin, den Wohnwagen abzuholen aus dem Winterquartier. Das habe ich nun nachgeholt, planmäßig, am Dienstag. Das war alles super. Davon habe ich auch ein Foto getwittert, wie ich aus der Halle rausfahre mit dem Wohnwagen hinten dran. Und dem Kommentar, zwei Stunden später, sagte der Werkstattmann, ich lege ihr Auto jetzt erstmal still. Und so war es nämlich auch. Ja, also, es war so, wir haben schon seit ein paar Tagen ein bisschen komisches Geräusch vernommen von unserem Auto. Nämlich beim Bremsen. So ein schleifendes, oder so ähnlich. Also kein schönes Geräusch. Und ich hatte noch so ein bisschen die Hoffnung, dass es daran lag, dass wir in der Waschstraße waren, die Bremsen nass waren. Aber das wurde nicht besser. Und dann habe ich gesagt, bevor wir jetzt irgendwie losfahren und dann den ADAC rufen müssen, lasst uns lieber einmal kurz in der Werkstatt das überprüfen, was das ist. Vielleicht gibt es ja auch irgendwas, dass die schnell daran ändern können. Und dann ist das schnell erledigt. Und der Werkstatt-Heini sagte, ja, das könnte sein, dass sich da irgendwo vorne rechts ein Steinchen verklemmt hat. Und das kriegt man dann, das würden wir schnell in den Griff kriegen. Und dann ist er mal rausgegangen zum Gucken, blieb hinten am Auto stehen und sagte, hm, Ihre Bremsen sind ja runter, Eisen auf Eisen. Hier lege ich das Auto jetzt erstmal still. Ja, und da waren wir natürlich beide sehr geschockt, weil wir gedacht haben, naja, das wird schon nichts Großes sein. Und wenn, dann wird es leicht reparierbar sein. Er sagte, also im nächsten freien Termin hätten Sie Pfingsten. Ich sagte, das ist jetzt aber blöd, weil wir ja nun schließlich einen Tag später losfahren wollten in den Urlaub. Und dann habe ich gesagt, ja, gut, aber wenn Sie Pfingsten nichts mehr frei haben, dann müssen wir halt gucken, wie wir es machen. Und da sagte er auf einmal, ja, ich kann ja mal gucken, ob ich Sie dazwischen schieben kann. Also der wollte sich das Geschäft auch nicht entgehen lassen. Und dann haben wir gesagt, gut, dann lassen wir den Wagen stehen und gucken mal, was passiert, wenn wir den Morgen Nachmittag gegen 16 Uhr irgendwie abholen könnten und er wäre dann fertig, wäre schön. Ja, gesagt, getan. Haben den Wagen da gelassen. Sind dann erst mal was essen gegangen auf den Schreck und dann langsam nach Hause geschlendert. Haben noch dies getan, das getan. Ich habe den Rasen noch gemäht oder irgendwelche anderen Geschichten veranstaltet. Weiß ich nicht mehr. Auf jeden Fall klingelt das Telefon so gegen vier. Also, keine Ahnung, vier Stunden später maximal. Ja, ihr Auto ist fertig. Das war natürlich eine sehr angenehme Überraschung. Die unangenehme folgte dann sofort, als ich nach dem Preis fragte. 500 Euro hat uns der Spaß gekostet. Also, hinten die Scheiben haben sie ausgetauscht. Dann haben sie noch die elektrische Handbremse neu eingestellt und dies und das noch gemacht. Das hatte alles sicherheitsrelevante Geschichten. Da gibt es einfach keine zwei Meinungen. So etwas muss gemacht werden. Und da waren wir froh, dass es dann auch so schnell erledigt war, dass wir also nicht so ewig lange warten mussten, fairerweise. Ja, und dann haben wir am Mittwochnachmittag gegen dann schlussendlich 17 Uhr, 17.30 Uhr, weiß ich nicht mehr, den Wohnwagen angehangen, bis wir also mal alles gepackt hatten und alles erledigt war. Das dauert ja alles immer seine Zeit. Und dann sind wir gemütlich losgefahren. Jetzt sind wir hier und es ist großartig. Wir haben gestern auf einen kleinen Hund aufgepasst von unseren Nachbarn. Achso, ja gut, ich könnte noch erzählen, dass wir nicht ganz auf unserem Stammplatz stehen dieses Mal. Die Parzelle, die wir haben, ist deutlich kleiner als die, die wir sonst belegt haben. Aber wir wären an die andere nicht rangekommen, weil da so ein Wohnmobil relativ ungünstig geparkt hatte. Also ungünstig, der hat halt sich dafür entschieden, mit der Tür zur Hecke zu stehen. Und dann hat er mehr Privatsphäre. Das kann ich auch absolut nachvollziehen, diesen Gedanken. Nur dann war halt die Einfahrt zu unserer Parzelle viel zu eng. Da wären wir nicht rumgekommen. Das heißt, wir hätten den Wohnwagen abhängen müssen, per Hand umdrehen, wieder anhängen, 50 Meter ziehen, in die Lücke reinrangieren. Und dann wieder abhängen. War uns zu viel Aufwand. Da haben wir gesagt, komm, dann gucken wir mal woanders. Beziehungsweise, da hat auch der Platzwart so ein bisschen mit entschieden. Weil der sagte, achso, wenn ihr keinen Mover habt, dann klappt das nicht. Und dann war der fertig und hat uns was anderes gezeigt. Das hat uns aber ein schönes Campingplatzkino beschoren. Und zu dem ich gleich noch kommen wollte, ich wollte noch kurz über Slinky sprechen, unseren Besuchshund. Der kommt hier von gegenüber, von unseren Nachbarn. Die hatten sich eine Besichtigung gebucht auf einem Kreuzfahrtschiff. 50 Euro kostet sowas. Das ist auch unglaublich. Dafür, dass sie da viereinhalb Stunden über den Kreuzfahrer turnen, haben sie, vielleicht fünf, keine Ahnung, haben sie also ihren Hund, haben sie dabei und haben sich danach, nach dem Buchen überlegt, so, hm, ist das schlau, den Hund mitzunehmen auf so einem Kreuzfahrtschiff? Keine Ahnung. Und sind zu dem Ergebnis gekommen, wenn wir da fünf Stunden unterwegs sind, wahrscheinlich nicht. Fragen wir doch mal die Nachbarn. Wir haben ja auch einen Hund, ob die unseren kurz mal nehmen würden. Und natürlich machen wir das. Ist ja völlig klar. Und so hatten wir einen kleinen Besuchshund, der uns ab halb zehn dann hier besucht hat und der hier über Tisch und Bänke gegangen ist, weil er es offenbar von zu Hause kennt. Unser Hund war ein bisschen irritiert deswegen. Das war ja alles, glaube ich, viel zu hektisch. Aber der war super. Also der war ein echt guter Kollege, keine Frage. Er hat sich ordentlich benommen, hat aber Herrchen und Frauchen doch ziemlich vermisst. Also der hat eigentlich die ganze Zeit, wann immer er konnte, irgendwie am Fenster gestanden und rüber geguckt, um sicher zu sein, dass sich da nicht doch irgendwas bewegt. Und die ihn einfach nur vergessen haben, wieder mit nach Hause zu nehmen oder so. Also das hat mir fast ein bisschen leid getan. Aber es waren ja auch nur ein paar Stunden. Und dann haben wir ihn gegen, weiß nicht, halb drei, 20 vor drei, wieder rübergebracht. Da kamen die auch gerade. Also es war alles total super. Ja, dann hatten wir, wie gesagt, diese Geschichte, dass wir, achso, ich war beim Golfen. Denn an Vatertag ist immer auch Bierfest in Kiel, das Fest der Biere am Bootshafen. Und das zieht unter anderem meinen Bruder immer nach Schleswig-Holstein, der jedes Jahr mit seinen Freunden hier Station macht für vier Tage. Und dann sitzen die fast komplett die Zeit über am Bootshafen in der Sonne und trinken Bier und philosophieren über die Welt. Und weil man das eben dann doch nicht ausschließlich machen kann, haben sie gesagt, dann gehen sie seit Jahren auch immer auf einen der öffentlichen Golfplätze hier in der Gegend. Und weil einer von denen sehr, sehr nah an unserem Campingplatz dran ist, habe ich gesagt, dann holt mich doch ab. Ich habe Golfsachen dabei. Dann spielen wir eine Runde. Und das war endlich mal wieder, das war immer dringend notwendig. Golfspielen habe ich ewig nicht mehr gemacht. Und ich habe auch, ehrlich gesagt, keine Ahnung, wie meine Punkte waren. Da geht es auch nicht drum. Sondern ich wollte einfach mal wieder auf Platz. Und wenn es auch nur der Kurzplatz ist, schiebe ich auch. Ja, das war echt gut. Eine der schönsten Geschichten hier war dieses Campingkino, was wir hatten. Wie gesagt, die Parzellen in der Reihe, in der wir stehen, sind sehr, sehr klein. Und dann kam hier ein Pärchen an. Also wir kamen von der Hunderunde. Ich springe gerade so ein bisschen zeitlich durch die Gegend. Wir waren also mit Slinky und unserem Hund unterwegs. Und kamen gerade zurück und da stand ein Wohnwagen neben uns in der Parzelle, genau so, wie wir nicht stehen durften. Nämlich quasi quer zum Weg. Und weil die Parzelle so klein ist, ragte die Deichsel eben in den Weg hinein. Wir haben uns noch gewundert, warum die so stehen dürfen und wir nicht. Das klärte sich dann relativ kurze Zeit später, als nämlich der Platzwart vorbeikam und sie darauf hinwies, dass das so nicht geht. Und dass der Wagen so stehen müsse wie unserer. Und das war am Nachgang sehr witzig, weil die erstmal versucht haben, mit ihrem Mover das Ding da rein zu rangieren und es nicht hinbekommen haben. Weil sie aber auch aus irgendeinem Grund wohl nicht wollten, dass die Deichsel vom Wagen in der Hecke ist. So haben wir es nämlich gelöst. Ja, und haben sich da also gegenseitig angegiftet und waren, denke ich, auf dem Platzwart, was das denn für ein Idiot ist und das ist doch kein Urlaub so und bla 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 bla. Natürlich war es dann in der Zeitmittagspause. Sie konnten da niemanden mehr für belangen, für dieses Ungemach, was ihnen da widerfahren wurde. Also haben sie dann irgendwie auf zwei Getränkekisten gesessen. Sprich, die haben sie nämlich mal Stühle rausgeholt und haben dann immer so geschmeckt, jetzt müssen wir nach einer Stunde warten, bis der Idiot wieder da ist. Und waren am Schimpfen, wie die Rohrspatzen. Und als wir dann das nächste Mal wieder kamen von unserem Ausflug, da war der Wagen weg. Ich weiß nicht, ob sie sich einen anderen Platz zuweisen haben lassen oder ob sie wirklich abgereist sind. Ich würde ihnen beides zutrauen, ehrlich gesagt. Aber das war sehr, sehr witzig zu beobachten. Zum Steckerumbau bin ich bis jetzt noch nicht gekommen. Ich hatte ja letztes Mal erzählt, dass ich den Stecker von unserem Wohnwagen umbauen möchte, von 7 auf 13 polig, weil mir diese Adaptergeschichte einfach, das ist irgendwie wackelig. Also der hält und der tut, was er soll, das funktioniert alles einwandfrei, aber irgendwie fühlt sich das falsch an und ich habe auch Bock, das zu machen. Ich wollte eigentlich noch zum Baumarkt, das habe ich aber verpasst und vergessen. An inzwischen drei Gelegenheiten habe ich immer wieder nicht dran gedacht, mir das passende Werkzeug zu besorgen. Ja, also ich möchte halt mir dafür eine Abisolierzange und eine Quetschzange kaufen und Kabelschuhe, um das ordentlich zu machen. Weil in dem Video, was ich gesehen habe, wo das demonstriert wurde und wo ganz klar war, dass es maximal sieben Minuten dauert, das zu ändern, diesen Stecker umzubauen. Also mir ist klar, dass ich länger brauchen werde. Ich habe auch vor, das Aufnahmegerät mitlaufen zu lassen, um euch an meinem Scheitern teilhaben zu lassen. Nee, also es ist ja alternativlos. Wenn ich jetzt anfange, den Stecker umzubauen, dann muss ich das auch hinkriegen, dann ist der Stecker einmal ab, dann muss der halt irgendwie auch wieder dran. So, das muss also funktionieren, das ist das Schlimme daran und deswegen möchte ich es gleich richtig machen. Und in dem Video, was ich gesehen habe, war deutlich zu erkennen, dass das eben kein Draht ist, der da mit Plastik ummantelt ist, sondern Solitzen. Also viele kleine Drähte, die zu einem verzwurbelt sind und ich finde es immer sehr, sehr schwierig, mit denen zu arbeiten. Deswegen möchte ich Kabelschuhe haben, also solche kleinen, ja so ein Plastik-Dings, wo man die Litzen reinsteckt und vorne ist so ein Metall-Pin, den man dann eben so, Entschuldigung, haben wir auf den Tisch gehauen aus Versehen, vor lauter Argumenten, vor lauter Gestikulieren. Denn diesen Metall-Pin, den quetscht man so zusammen, verkrimpt den und dann hat man da so eine formschlüssige Geschichte, da rutscht nichts mehr raus. Und man hat eben einen Teil, das man festschraubt und nicht eben 20 Litzen. Das nervt ja auch nur. Deswegen, das möchte ich also vorher noch haben, damit das dann auch ganz, ganz ordentlich ist. Und dann werde ich mich mal am Nachmittag hinsetzen und sehr, sehr konzentriert daran arbeiten, diesen Stecker umzubauen. Und ich hoffe einfach mal, dass das auch, also es sieht in dem Anleitungsvideo, ja natürlich macht es da ein Profi, der weiß, was er tut. Gut, aber gefühlt würde ich sagen, ist das nicht ganz so wahnsinnig schwer. Sage ich jetzt. Ich werde euch, wie gesagt, auf dem Laufenden halten und möglicherweise gibt es ein Audiodokument davon, wie ich furchtbar fluchend erzähle, wie scheiße das alles ist und was das für eine bescheuerte Idee war. Aber mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu komme, nächste Woche Sonntag eine neue Folge aufzunehmen. Könnte sein, dass sie sich ein bisschen verspätet. Muss ich dann mal sehen. Wie auch immer, es wird eine neue Folge geben von Jörn Schaas vor einem Podcast. Bis die erscheint, wünsche ich euch eine fantastische Zeit. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Oh, ich glaube, wir kriegen neue Nachbarn. Also Camping, Kino, Popcorn. Tschüss. 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 Tschüss.